die limo ist zurück vierte generation super so heiß ist sie wirklich ist das eine automotorsport oder eine autobildeinleitung hier seid ihr allerdings gelandet bei the car crash review wir sind besser bei uns gibt es jeden tag um 17 uhr neues review von der bezaubernden chassis oder ja dem ziemlich provokanten weiß ich schon oft jan das bin ich abonniert den kanal genau jetzt und das werden wir mit der vierten generation super als limo machen wir werden uns die außen anschauen schauen wie heiß sie halt wirklich geworden ist wir werden über die ausmaße sprechen über den platz im innenraum über die smart dials über die motorvarianten die es hier drin gibt die es nicht drin gibt die vielleicht noch kommen könnten wir werden über den preis über markstadt über das wettbewerbsumfeld sprechen nur fahren fahren dürfen wir leider nicht chassis kommt später dazu also habt ihr auch einen grund noch reinzuschauen oder dran zu bleiben habt ihr bock drauf dann kommt mit ja ganz am anfang bevor es losgeht spreche ich mit voller liebe über unsere kooperationspartner goleasy was machen die die vergleichen für euch unter den etablierten leasing anbietern schaut da gern vorbei ist eine gute sache ich weiß dass der superb ein sehr beliebtes leasing auto ist hier steht er jetzt in vierter generation das auto gibt es im grunde wenn man ganz ehrlich zu sich ist seit 1930 aber in der modernen ja würde ich sagen die erste generation kam 2001 auf markt 2008 die zweite 2016 die dritte und jetzt 23 23 die vierte es gibt ein novum bei dem auto was was es im konzern so noch nicht gab bei dieser limousine der oberen mittelklasse nämlich ich glaube da hat nicht nur den entwickelt sondern auch den passat b9 sowas wäre früher vor allem unter winterkornzeiten niemals denkbar gewesen aber jetzt läuft oder läuft der genauso wie der passat in pratislava verband und beides sind entwickelt von skoda also ein ziemlich großes kreuz was dieses auto trägt wir schauen uns jetzt heute mal an was es kann er steht auf dem mqb evo also dem modularen querbaukasten der evolutionsstufe und das wettbewerbsumfeld beim auto was ja ein echter bestseller ist der hat sich 1,5 millionen mal weltweit verkauft in der mittleren oder der oberen mittelklasse ist riesig des autos 4 meter 91 lang und damit ehrlich gesagt ja fast schon oberklasse ja was haben wir da das ist die mercedes e klasse haben wir euch neu gezeigt das ist natürlich ein 5er bmw das ist natürlich in volvo s90 ich könnte ewig so weitermachen ich glaube der hauptwettbewerber ist der passat den es ja nicht als limousine gibt jetzt schauen wir uns den mal von vorne an ganz wichtig beim auto ist eine sache nämlich es gibt neue ausstattungsvarianten das ist essence selection und elonca hier ist elonca drauf und dazu kommen sieben design selections für den innenraum das ist insofern spannend weil ihr da nichts verbocken könnten es ja manchmal so beim ikea wenn man da reingeht die zimmer sehen immer mega aus dann kauft man einzelne dinge stellt sie zu hause hin und sieht einfach scheiße aus hier ist das neu das werde ich euch später zeigen smart teils sind auch drin dazu gibt es noch 13 options pakete acht lag varianten insgesamt sechs davon sind neu dieses graphic gray hier drauf sehr schön finde ich aus meiner sicht elonca wie ich erzählt ist hier drauf das logo hier vorne drunter neu ist der kühlergrill hat jetzt hier diese aufrecht stehen schwarzen streben mit dem chromfarbenen innenleben die assistenten oder die sensoren dafür da drunter kamera nach vorne zum cw wert der hat jetzt ein von 0,23 während der kombi einfach 0,25 hat was ich schade finde ist dass die limo eben nicht den back in hybriden bekommt ich finde das wäre auch ein ganz gutes match gewesen zu den leuchten serienmäßig kommt das auto mit einem voll led licht und optional gibt es das top led licht steht eigentlich schon im namen drin das hat 34 led elemente also 18 auf der also 36 18 hier auf der seite und im vergleich zum vorgänger macht das 40 prozent mehr licht was sehr gutes schöne tagfahrt signatur kristallin blaue elemente hier drin insgesamt würde ich sagen ist es auto zurückhaltend nicht drüber man fühlt sich damit gut angezogen und der cw wert resultiert auch dadurch dass man vorne eine kühlergrill jalousie hat die sich öffnen und schließen lässt wenn wir jetzt an die seite gehen sprechen wir über die ausmaße es etwa vier zentimeter gewachsen im vergleich zum vorgänger wobei der radstand ist gleich geblieben 491 ist er lang 185 breit 148 hoch hat 2 meter 84 radstand und wenn die seite geht seht ihr dass das auto wirklich riesiges finde ich insofern sinnvoll als dass der abstand zum octavia da ist der ist ja auch gewachsen über die zeit und wenn man jetzt über die fahrwerkstechnik spricht was ich ja sehr gerne mache erzähle ich an der stelle eigentlich immer noch was über die plug-in hybriden aber da es den jetzt hier nicht drin gibt würde ich da einfach mal aufs video zum kombi verweisen woher der plug-in hybride mit einer reichweite von über 100 km rein elektrisch ist verfügbar ist hier eben nicht und jetzt sprechen wir über das dcc also das dynamic chassis control das sind die dämpfer die haben hier zwei unterschiedliche zug und druckstufen jetzt zwei ventil steuerung und die spreizung zwischen komfort und sportlichkeit soll jetzt hier größer sein progressivlenkung ist hier drin die top motorisierung am allrad die kleineren einstiegsmotorisierung sind nur frontgetrieben bei den felgen bewegen wir uns zwischen 16 und 19 zoll hier sind jetzt 19 zeller drauf die größten wollte man zeigen hier bei scoda was man da kann was sind das für reifen natürlich für relli und an der stelle spreche ich natürlich liebend gerne über pirelli wir sind stolz darauf dass die unser kooperationspartner sind die machen tolle reifen wir vertrauen da wie ihr gerade gelernt hat auch drauf wenn ihr vorne meinen radkasten schaut seht ihr auch diese durchbrechung die könnte euch tatsächlich mal von beiden seiten anschauen für einen besseren cw wert oder auch die kühlung der bremsen l und k laurin und clement steht hier noch mal drauf dass man auch sieht dass man hier mit der topausstattung unterwegs ist hier vorne eine von 28 simply clever lösung nämlich ein ticket halter da drin spiegelkappen wagenfarbe und kamera nach unten keine dachreling kein panoramadach jetzt hier in dem fall echte bügeltüre griffe und wenn ich die mal aufmache seht ihr eine sache am boden nämlich skoda als logo tolles design passt zum auto gefällt mir ausgesprochen gut mitten so einer projektion hier nach unten und wenn wir jetzt uns das heck anschauen dann bin ich zwiegespalten weil tatsächlich finde ich schaut da wirklich gerne ins video den kombi den man bei den tschechen mit c schreibt sehr gelungen optisch hinten auch von der form was ich an der limo mark ist dass die kofferraum klappe relativ weit oben angeschlagen ist und somit den zugang wirklich gut ermöglicht das heißt wir haben hier 645 liter während der kombi 690 liter hat das ist für eine limo richtig stark und spricht auch dafür aus meiner sicht der kombi ist halt nur noch ein bisschen stärker wenn man jetzt über die leuchten spricht kommen die jetzt in verbindung mit den top led matrix leuchten hier hinten er ist auch so ein kristallines lichter so ein bisschen an die böhmische kristallkunst erinnert skoda steht hinten groß drauf super hier stolz und unten eher zurückhaltender stoßfänger ehrlich gesagt jetzt schauen wir uns meinen kofferraum an natürlich elektrisch und jetzt schaut mal wie weit der hier aufgeht ich muss euch eine sache noch zeigen denn es gibt viele simply clever lösungs fans da draußen eine sache ist der eiskratzer also wenn ihr so ein auto habt und das noch nicht wusste ihr könnt damit eiskratzen oder die profiltiefe auf euren perellis da messen hoffe ich dass ich ihn wieder rein bekomme übrigens bei den elektromodellen von skoda ist der da oben drin dass denn auch niemand klaut so ladekante relativ niedrig riesiges kofferraum paradies ehrlich gesagt das ist auch schön ja zu trennen hier mit einer weiteren simply clever lösung nämlich diesen kofferraum separator hier noch mal ein kleiner haken ist alles in blick clever lösung für einen einkauf hier könnt ihr die rückbank bequem umklappen ich zeige euch gleich mal noch wie die hut ablage da oben wegzubauen ist ich finde das gehört in seinem review dazu aber der kofferraum ist so groß dass es eben gar nicht so einfach ist so schaut gerne mal rein ich stelle derzeit mal die hut ablage hinten weg und jetzt schaut mal wie groß dieses kofferraum paradies ist das schon krass und zusätzlich habt ihr hier noch ja so einen halben doppelten ladeboden was also wie gesagt falls ihr den hier schöner findet die nutzeneinbußen zum kombi sind gar nicht so groß so jetzt hier gut verarbeitet alles ein bisschen ausgefilzt hier in der stehen bleibt seht ihr auch die kamera nach hinten tschechisches kennzeichen und jetzt schauen wir uns mal das platzverhältnis auf der rückbank an dafür mache ich euch jetzt die tür hier auf klappt die sitze nach oben es gibt auch eine durchreiche für die skifahrer da draußen und jetzt gucken wir mal erstmal leuchten mache ich hier an und das ist krass 1,88 groß ich habe zwei fäuste nach vorne platz ich habe eine faust nach oben platz und das obwohl es ja nicht mal der kombi ist hier hauptmarkt für kombi ist wer jetzt gedacht deutschland armauflage hier kann man sogar noch mal verstellen durchreiche für die skifahrer auch hier mit filz drauf und eine weitere simply clever lösung ist das hier könnte euer handy rein legen könnt dann bei der fahrten film schauen oder habt hier dann ein becher halter drin schon praktisch oder handy würde auch hier rein gehen da habt ihr dann vorne noch mal die möglichkeiten film zu schauen hochkant oder quer geht auch kleines fach hier fürs handy oder fürs ipad oder für hefte wenn ihr sowas noch nutzt usbc anschlüsse sitzheizung hinten geht hier an zum beispiel ja unten relativ hoch allerdings flach aufbauen der mitteltunnel beim mqb auch in der evolutionsstufe ist es ja so dass er die kraft über eine lamellenkupplung beim allrad dann nach hinten bekommt heller himmel hier ganz gut vor allem mit den leuchten vielleicht schauen wir uns noch kurz die sitze an danke jesse braun sehr schön das ist eine von sieben design selection und er hat das schlafpaket schaut mal hier so kleine wie nennt man das hörner öhrchen wo man dann ganz gut drin pennen kann und jetzt holzzieher element ambiente beleuchtung schöner türgriff die die armauflage ist ganz gut gepolstert eine weitere simply clever lösung die ich toll finde ist der mülleimer hier drin da könnt ihr nämlich einen abfüllbutzen rein machen hier auch hinten eine chalocie aber jetzt würde ich sagen sprechen wir über die motor varianten ist für mich einfacher zu erklären denn es gibt den plug in hybriden ja nur in verbindung mit dem kombi nicht mit der limo basis motor ist mild hybrid 1,5 liter mit 150 ps drüber bei den benzinern sind die zwei liter mit 204 oder 265 ps beim diesel gibt es auch ein zwei liter mit 150 oder 193 ps und der zit ich finde ja zu diesem großen auto das oft vielfahrer nehmen passt sehr gut der diesel aber das nur meine meinung was wir jetzt machen ist reingehen ich zeige euch den innenraum danach gibt es ein fazit wenn ihr darauf bock habt da würde ich sagen bleibt dran die smarts da drin sind sehr interessant das infotainment bis 13 zoll kommen wir zum innenraum ist lustig da gibt es die smart als drin ein konzept was finde ich bmw damals vielleicht mit dem i drive schalter abgeschafft hat kommt jetzt wieder ins auto ist ein bisschen wie bei der mode alles kommt irgendwann wieder zurück wie meine oma immer sagt aber der innenraum ist da will ich kein falsches bild vermitteln richtig modern richtig schick geworden erst mal schauen wir uns das dach an heller himmel sehr schön vorne berührung empfindliche leuchten hier und ja dann sprechen wir über die sitze laurin clement steht hier könnt ihr verstellen nach oben nach unten insgesamt gibt sieben innenraumwelten die sozusagen vorkonfiguriert sind nur manche davon gibt es in den paketen dann also da gibt es nicht an alle kombinationsmöglichkeiten ich finde das konzept stimmig weil man muss ja nicht die volle range an auswahl haben das macht in der produktion ein bisschen günstiger soll ja nur gut zusammenpassen und wenn ihr ganz krasse geschmacksverirrungen habt dann hilft schon ein bisschen erst mal die sitze tolle sitze es gibt drei sitze insgesamt je nach ausstattungspaket die hier sind beheizbar kühlbar die top sitze kommen dann auch mit einer massage funktion die geben toll seiten halt sind bequem insgesamt fühlt sich auto vorne so ein bisschen an wie ein wohnzimmer und wenn man sowas über die klasse von auto sagt finde ich hat der hersteller vieles richtig gemacht wenn ihr den schwenk macht vorbei an dem holzzieher element und dem bezug und der wirklich optisch interessant geformten lüftungsdüse die auch an den das innenleben vom kühlergrill vorne erinnert in die tür dann seht ihr da eine ambientebeleuchtung dieses holzzieher element einen schönen türgriff eine gut gepolsterte armauflage und was wichtig ist sehr viel platz in der tür hast du auch ein regenschirm drin es wäre platz das muss ich euch noch zeigen weil das auto hat würde ich sagen die eingebaute gentleman garantie denn es gibt hier nicht nur mülleimer sondern eben auch ein regenschirm in der tür wollte ich eigentlich in der seite zeigen dass sie hätte den jetzt gerne mal geht auch auf der anderen seite rein haben ein einstiegsleister ja super besteht ja gut passat wäre auch schlecht ja hier eine polsterung für die knie sehr schön großes handschuhfach auch mit samt ausgeformt ambiente leuchte seht ihr auch hier und da kommen wir dann schon zum warnblinker hier und unten sind die smart als die könnt ihr frei belegen sitzkühlung sitz heizung hier rein in der mitte habt ihr hier dann die verschiedenen fahrprofile zum beispiel könnt allerdings auch die navi karte da reinlegen die lautstärke könnt ihr da reinlegen was gutes und die oberfläche das sind so kleine pyramiden das ist also durchaus wertig fahrprofil hier wieder drin oder auf jesse seite kann sie eben auch die sitzkühlung oder so rein machen kritisieren würde ich klavier lackier das hätte man als bauteil das hat man sich kneifen können einstellung für die klima ist hier und hier drin vorne ist die induktive ladeschale 45 watt haben die usbc anschlüsse hier 15 watt hat die ladeschale und tolles die ist belüftet da unten dass das handy nicht heiß wird das haben nämlich viele der ladeschalen ich habe sie hier so sieht er aus der schlüssel hier für die standheizung und wenn er da eine flasche rein macht hier vorne könnt ihr die auch während der fahrt mit einer hand aufdrehen hier noch mal ein kleines fach vorne und da dann ja sehr praktisch das kann man nämlich in beide richtungen öffnen schaut euch das an und wenn er mal reinschaut hier ein flexibles fach da noch mal so ein kleiner kurz drin und hier ist eine sache drin zeige ich die mal nämlich was was man braucht bei so einem großen display serienmäßig kommt es 10 zoll groß optional 13 zoll und das ist eher so ein was zum putzen das ist wirklich praktisch ehrlich gesagt ich habe ein bisschen bisschen zu viel wasser jetzt hier benutzt aber das ist sehr gut weil sonst putzt man immer mit so einem kleinen tuch das ist sogar ein bisschen mehr premium als die lösung die audi hat mit dem kleinen putztuch und jetzt würde ich sagen holen wir sie rein die einmalige bezaubernde wunderbare produktionsassistentin und co-moderatorin hauptmoderatorin internetstar jessica jan was ist dein favorite fashion jahrzehnt 70er echt meinst du die 90s warum fragst du das weil du vorhin gesagt hast alles kommt wieder und jetzt ist gerade 90s time das heißt es ist genau meine zeit ja wie so 90s ich mag das am liebsten ich weiß nicht ich bin aber das war das mit den 90ern zu tun hat aber hey geile geile überleitung manuel andrack lassen wir das lenkrad sprechen erstmal unten nicht abgeflacht oben nicht abgeflacht zum ersten mal ein head-up display schaut euch das an hier für zettelhexen jessi was eine zettelhexe ein gemeiner begriff politessen für politessen lenkrad lässt sich bequem verstellen und hier gibt es einen knopf wo ihr elektrisch den kofferraum öffnen könnt würdest du den kombi oder die limo nehmen beim superbe ich finde der kombi ist schon richtig gelungen da seht ihr ihn ein bisschen ich würde kombi nehmen obwohl ich finde der sieht hier von der seite aus wie so ein a5 schon arg gezeichnet richtig schick a5 ist dein lieblingsauto oder so ein guter vergleich schön ich finde schwer zu sagen aber ich weiß was du meinst also lenkrad lässt sich verstellen das haben wir gezeigt l und k steht unten eben drauf sprachsteuerung ist hier lenkrad heizung ist da da unten ist der hebel für die assistenten spurhalteassistent und hier könnt ihr dann wenn das zulässt genau die grafik anpassen das heißt ihr könnt kleine tuben machen können zum beispiel aber auch ja ins innenleben dann die navi karte rein projizieren wenn ihr das groß macht könnt allerdings auch die andere seite da bespielen das ist schon wirklich ganz gut gelöst oder eben halt in der mitte oder wenn ihr hier seid dann geht irgendwann bestimmt auch die navi karte rein wenn man sich sehr viel mühe gibt da hinten ist sie jetzt ganz gut und jetzt sprechen wir über das display waren hat vw 15 und skoda 13 zoll keine ahnung weißt du es weiß ich doch nicht ich habe gedacht du weißt was findest du besser 15 oder 13 ich finde 13 reicht 15 ist halt noch ein bisschen mehr aber ne 13 reicht schauen wir an wie groß dieses display wir haben uns übrigens gestritten als ich laptop gekauft habe hat er gesagt nehmen den großen und ich habe gesagt ich will eigentlich nur 14 zollen also nehmen 16 zollen jetzt sind wir froh dass wir jeden tag einfach nur den kleinen mitschleppen wir streiten und diskutieren also ich zeige jetzt mal die funktionen vom infotainment weil es funktioniert war jetzt nicht hakelig bei dem auto und schau mal wie schön das gelöst ist eigentlich weißt du wie ich mein das sieht am ende von der seite aus wie ein audi a5 gehört ja auch zum konzern und von vorn auch a5 nein ich weiß nicht ob der designer das lieben wird was du jetzt da gesagt hast aber immerhin ehrlich ehrlich sind immer es mein assistenten schau mal hier es gibt diese ansicht das hätte alles gibt sehr viele assistenten hier drin ich glaube der frontkollisions warner reagiert jetzt auch auf fahrräder was gutes für die fahrräder damit auch gut für den fahrer hier alles zum parken da ist dann ja die parkkamera da könnte auch die das war schlecht das wollte ich nicht auf jeden fall kann man da dann putzen trailer assist das wird gleich ärger geben von skoda das weiß ich schon ganz genau der vom studio her guckt schon so der darf nie wieder kommen oder du musst die videos machen hier sind die digitalen regler wo er sie auch belegen können mit unterschiedlichen dingen kann man auch wieder hier zurücksetzen das ist wie findest du die drehregler die sind innovativ innovativ eco komfort normal sport individual sind die fahrmodi hier kann man sie anpassen dcc komfortabel als komfort sportlich als sportlich lenkung kann man anpassen antrieb und ja noch ein bisschen was anderes würde ich sagen so dann stand klimatisierung ist hier jetzt drin könnt ihr das auto also vor kühlen vor heizen und was will ich euch eigentlich noch alles zeigen hier sind die fahrmodi assistenten parken und hier ist eigentlich diese haupt home ansicht ihr euch auch frei belegen könnt was tolles finde ich bei dem neuen infotainment ist navi weil die karte ist jetzt so wirklich riesig und das funktioniert auch alles sehr schnell würde ich sagen was noch natürlich zu zeigen es ist die das ambiente licht hier könnte auch frei belegen homescreen könnt ihr dann auch konfigurieren aber wo war jetzt das ambiente licht hier schau mal es gibt vorkonfigurierte dinge ocean rays individual mode ihr könnt auch ganz ausschalten oder habt hier ganz viele farben zu wählen oder könnt auch die helligkeit anpassen hast du schon mal einen richtigen ikea fehlkauf gehabt ja einige gell guck in die wohnungen der wir leben wer lebt da noch der pumuckel so mal fazit machen jetzt wird es ein bisschen autoerotisch objektophil ich liege im kofferraum eigentlich geht es im fazit ja über unsere meinung zur vierten generation super und tatsächlich ist er hier als limo fast so praktisch wie der kombi ich lag beim kombi im kofferraum also meist hier auch wichtig war der filmerin dass ich auch noch die anhängerkupplung zeigt das mache ich jetzt gut und so geht es wieder weg übrigens wenn es einem kalt würde was hier in seinem studio selten passiert zum schlafpaket gehört auch noch eine decke kann man sich dann auf der rückbank zudecken oder wenn man hier im kofferraum liegt und auch noch sehr praktisch aber das ist eher was für die allmanns da draußen dieses teil und durch das an 188 groß und ich passe im kofferraum sehr gut aber jetzt mal irgendwie spaß beiseite das auto ist gewachsen es ist riesiges praktisch es ist ein echtes flaggschiff der innenraum mit den smartteils und dem großen display sehr modern okay der passate hat vielleicht auch so ein bisschen politisch zwei zoll mehr bekommen aber 13 zoll reichen insgesamt wirklich aus zum ersten mal hat er ein head-up display da drin was gutes tolles auto mega flexibel schön dass es weiterhin kombi weiter eine limo gibt ich freue mich aufs fahren die motor varianz hier ist riesig auch wenn sich manche vielleicht ein rein elektrischen super auch gewünscht hätten aber in zukunft kommt davon skoda sehr viel rein elektrisches das weiß ich beim preis weiß ich aktuell dass es den kombi gibt ab 42.000 euro bei der limo die ist ja schon lange nicht mehr im konfigurator kann ich euch nichts sagen der wird jetzt dann bald bestellbar sein bald im konfigurator auftauchen und markstadt also zum ersten mal beim händler wird er dann sein anfang 2024 abonniert gerne den kanal bei uns gibt es nämlich echt jeden tag ein neues objektophiles autoerotik review von der bezaubernden chassis oder vielleicht noch ein bisschen erotischer von mir abonniert den abonniert den kanal bei anderen sehen kann man ja gerne dann sehen wir uns